Und man muss da ganz klar unterscheiden zwischen Ambient im Techno-Szenen-Zusammenhang, das beginnt in meinen Büchern 1991 mit KLF, Chillout, dem Album, und auf der anderen Seite Brian Eno, wo das eine rein, ehrlich gesagt, konzeptionelle Sache ist. Und mit der konnte ich mich auch nie verbinden, weil es eine Musik ist, die geht durch mich durch. Die soll ja auch nicht berühren, die soll nicht bewegen, sondern die ist nur einfach da, als Ambiente. Und deshalb bin ich froh und immer offen für neue Beschreibungen dieses Genres. Und eher sehe ich mich im Zusammenhang mit Chillout, weil selbst auf der ersten KLF-Scheibe waren schon so Sachen wie ein Warn-Mantle-Music, es waren Sachen wie Duck drauf, und es ist eine sehr interessante, sehr intelligente Schreibe gewesen. Und das ist eine sehr interessante, sehr interessante Schreibe gewesen. Und das ist eine sehr interessante, sehr interessante Schreibe gewesen. Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ...when the night was black... ...either will you see the forest? The forest comes high... ...when the night was black... ...in the wintertime... ...in the wintertime... ...deep in the forest... ...the forest seems high... ...the forest seems high! U-U-U-U Lightning Round You ...we nickname the fans of the Earth... ...he had interrupted the forest... ...or in the house... When the night was by. 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 When the night was by.